Heiho, willkommen zurück zum Let's Play Minecraft mit Quecksilber in Kooperation mit Let's Play FK. Ja, willkommen auf meiner Inselwelt. Ich bin hier immer noch bei der Farm zu Gange, habe im letzten Video gerade mich da hinten runter gebuddelt und den ollen Enderman niedergemacht, bzw. den Zombie, der da unten noch mit saß, und fucking gesetzt, damit da auch, ja, keine Untiere mehr spawnen. Jetzt, ähm, gedenke ich da noch eine Treppe runterzulegen, um mich dann ein bisschen mehr um den landwirtschaftlichen Kram zu kümmern. Und zwar hatte ich doch, ja natürlich, wie es immer so ist, wenn ich etwas geordnet habe, dann finde ich nichts mehr. So ist das immer. Ähm, ja. Erster mit Treppenstufen zu basteln, Fünfe habe ich schon. Gut, ich denke, die sollten reichen. Dann werde ich da mal schauen. Hallo. Upsi. Ah, na, ob das gut geht, dachte ich's mir. Ah. Also das ist echt eine Eigenschaft, die ich hasse am Sand. Jetzt haben wir da oben wieder ein Loch drin. Toll. Gut, also auf jeden Fall kommt man jetzt hier wieder durch. Und, ja. Na, will ich. Ja, 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 ja. Bob. Sand. Rein. Na. Rein und zu. Gut, dann haben wir das erst mal. Äh, ehrlich. Hier geht das Treppchen hinunter. Und, ja. Da werde ich jetzt erst mal einen Happen essen. Jetzt nehme ich meinen Apfel, damit ein Slot frei wird. Und dann esse ich noch ein Steak. Weil mir halt danach so ist. Ja, wenn ich Hunger habe, dann ist mir nach Essen. Das ist bei mir so. Ist das bei euch nicht so? Na, falsches Werkzeug. Na gut, dann holen wir uns das erst mal. Aber es ist nach wie vor so, dass ich unter akutem Eisenmangel leide. Ich bin schon ganz blass im Gesicht, ja. Nein, ich meine natürlich im Spiel. Aber, äh, ihr erinnert euch, wie ich geschimpft habe, darüber, dass man irgendwie, dass ich hier kein Eisen finde? War das gerade eine Späne, die ich da gehört habe? Ist da noch irgendwo ein, 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 ein Zwischenraum offen? Upsi. Da habe ich hier einen Raum total vergessen auszuleuchten. Das hätte gefährlich werden können. Ja, hier unten muss ich mich noch mal, noch mal sehr genau umschauen. Ich habe irgendwie das Gefühl, hier ist mehr, als es den Anschein hat. Ach, auf jeden Fall stören mich erst mal diese blöden Steine hier im Gang. Gut, ähm, ja. Damit ist das erst mal fertig. Hier wächst schön das Papyrus, beziehungsweise Zuckerrohr. Ja, und wo habe ich den Sand? Da habe ich den, das ist Sandstein, das ist Sand, das ist Sand. Gut. Da haben wir auch das Glas, passend zum Sand. Da habe ich hier mal die Kohle rein. Ist ja Kohle rein, als Kohle war. Ach, das ist ja Holzkohle. Ah, ja. Ne, dann bringt das natürlich... Aber ich habe ja eine Kartoffeln. Ah, ist das cool. Ich muss aufpassen, dass ich irgendwie beim, beim Pflanzen von Kartoffeln, das ist ja so nervig, dass man da gerne mal irgendwie aus Versehen dann, wenn das Spielfigur in die Kartoffel reinbeißt, weil das die gleiche Taste ist. Und da habe ich jetzt natürlich Angst davor, irgendwie gleich die Kartoffel wieder zu verlieren. Das wäre sehr dumm. Wenn man da irgendwie, keine Ahnung, 20, 30, 60, 100 von hat, ist das natürlich wurscht. Aber wenn man nur eine hat, das ist fatal. So, 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 und ich war doof. Ich habe keine Erde dabei. Hallo? Hallo? Hm, falsches Weizen. Yes! Kartoffel! Woohoohoo! Ich habe immer den Eindruck, die wachsen schneller als der Weizen. und die sättigen natürlich sehr gut in Form von gebackenen Kartoffeln. Hat das eben gar keinen Samenkorn ergeben? Oder sind die da runtergefallen? Ey, das ist ja Betrug. Leute! Jetzt ernte ich Weizen und verliere dadurch welchen? Wie krank ist das denn? Mann! Wisst ihr, was ich gut finde? Wenn man aus den Weizendingern wieder Weizenkörner craften könnte. Dass man quasi, als wenn man den Weizen dann drischt. Oh, sehr gut. Sehr gut. Erstens zwei Zuckerchen. Die ich ja für das Pferd gebrauchen kann. Das wäre gut, wenn jetzt hier Weizenkörner dabei rauskämen. Das wäre einerseits logisch und zum anderen irgendwie, ja, nett. Schade. Gut. Jetzt erst mal hier rein und Hühner kann man nicht färben, ne? Ne. Schade. So, aber dieses hellgraue Schaf. Was soll ich denn damit? Das machen wir mal rot. Machen wir mal ein rotes Schaf. Hat da gerade jemand ein Ei gerickt? Cool. Die Schwarzen, die sehen auch irgendwie so edel aus. Das auch nicht. Eins. Zwei schwarze habe ich. Na gut, dann mache ich noch eins. Ich mache hier noch eins rot, oder? Was passiert eigentlich, wenn man rot und schwarz kreuzt? Gibt es ein braun raus? Dunkelrot. Auch rot. Hm. Na gut. Dann habe ich jetzt auf diesem Wege zwei rote. Was soll's. Gut. Äh, jo. Mehr rote Schäfchen brauche ich eigentlich gar nicht. Ich brauche gar keine roten Schäfchen, aber für Wolle später mal, das ist ja schon praktisch, ja. Aber tun wir das hier rein. So. Ansonsten. Da haben wir schon wieder acht Eier. Sehr gut. Essen liegt ja hier drin. Ich nehme mal raus. Gucken wir das nämlich zum Braten. Äh, ja. Du kommst hier rein. Du kommst hier rein. So. Was machen wir denn jetzt Schönes? Ich denke mal, ich werde mich wieder auf den Weg machen, auf die Jagd nach Holz machen. Das habe ich. Das habe ich. Hatte ich hier nicht noch einen auf dem Table übrig? Ein Lara Croft Table? Nö. Mamein. Gut. Ähm. Oh, wow, wow. Ein Einsatz verpasst hier. Was sagt die Sonne? Die Sonne sagt, sie geht bald unter. Hm. Ich glaube, da lohnt es sich eher, wenn ich noch ein bisschen Schäfchen schicken gehe. Und dann morgen erst in den Wald. In den tiefen Wald. Oh. Ich sammle immer mehr Eichen. Das ist auch sehr gut. Ja, danke für das Eierlegen. Drei Dinger sogar. Ja. Da hinten hat schon wieder eins Wolle gedroppt. Oder habe ich das vergessen? Ja. Auf jeden Fall hat es jetzt keine Wolle mehr. So. Da steht noch ein Ei. Dann kann ich ja neue... Dann kann ich ja neue Hühner legen. Oh. Oh. Ist nur ein Hühnchen bei rausgesprungen. Na gut. Da kommen noch zwei Wolle auf mich zugelaufen. Na. Da droppt doch schon wieder jemand. Das sieht irgendwie so edel aus. Das sieht irgendwie so edel aus, dieses Rot. Ich finde das so toll. Ich bin gar kein Fan von Rot. Sondern eher von Grün und Violett. Das sind so die Farbtöne, die ich besonders mag. Nicht gemeinsam, aber für sich genommen. Gut, Bettchen. Aber dieses Rot, das sieht richtig edel aus, finde ich. Da bin ich auch sehr gespannt und freudig auf die Banner, die in der 1.8 kommen sollen. Um, ja, die auch zu nutzen. Weil damit kann man ja quasi so eine Art Tapete machen. Damit kann man überhaupt die als Banner nutzen und irgendwie Dinge noch verschönern. Wie eine kleine Burg. Wie ich sie ja auf dem Server gebaut habe. Und, ja, noch so ein Hühner tot. Ich habe ja sowieso keine, ich habe ja sowieso keine Körner, um die direkt zu, hier, äh, überfüttern zu vermehren. Das ist ja das Dummer. Na, komm schon. So. Damit ist das erst mal erledigt. So, du kommst mit. Und ihr seid später dran. Sag mal, da verschwende ich jetzt keine Kohle drauf auf die, auf die drei Dinger da. Äh, Eichen. Da bin ich denn doof. Schade. War ich gerade eben außerhalb der Tür und konnte durch die geschlossene Tür reingehen? Aha. Süß. Sehr süß. Gut. Du kommst hier rein. Kommst hier rein. Bop, 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 bop. Ähm. Büschen nehme ich davon mit. Doch, da nehme ich was mit. Oder drüben könnte man auch mal Treppen bauen, echter. Eigentlich könnte man auch mal eine Treppe hochbauen. Muss man nicht immer so komisch da hochrennen. Jo, da nehme ich doch was mit. Zum Treppen bauen. Eine Treppe, pp, 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 pp. 55, boah. Wenn ich aber auf die Zahl gucken könnte, ich dem Lack. Na ja. Egal. So. Wo bauen wir denn die hin? Wo bauen wir denn die am dümmsten hin? Ich gehe ja sonst immer hier rüber und hier habe ich ja noch etwas immer ignoriert. Ich dachte, das könnte vielleicht ein Höhleneingang auch sein, der bis zum Teil geflutet ist. Doch, dann nehme ich. Gut, dann mache ich mal hier jetzt eine Treppe. Und dann mache ich mal hier. gut, na leicht die Orientierung verloren im Inventar gut das hier ist die Treppe die wird auch entsprechend markiert und dass sie gut zu sehen ist mache ich hier noch zwei Dinger weg zwei Erdblöcke und die soll natürlich auch ausgeleuchtet sein damit hier wenn ich da irgendwann mal zu spät heimgehe oder sowas keine Monster draufspawn das soll natürlich so sein so Sonne steht noch nicht im Zenit das heißt ich habe sehr viel schöne Zeit Bäume zu füllen was ich demnächst machen will ist mich mal wieder auf ja ich bin noch hergerissen ich möchte natürlich die weiteren Inseln hier erkunden andererseits habe ich auch irgendwie noch keine stabile Versorgung mit Nahrungsmitteln ich habe bloß dieses winzige Feld da hinten und das auf der anderen Insel da drüben auf der auf der ersten Insel da die da so im Nebel verschwindet das ist alles nicht schön das ist alles nicht schön das ist alles nicht schön das dumm ist natürlich immer dass ich in meiner Nähe bleiben muss damit überhaupt etwas äh ja spawnt damit die der Weizen wächst und damit die die Tiere äh ja nicht unbedingt sich vermehren aber damit sie natürlich damit sie vermehren aber ja ihr wisst schon hier damit sie groß werden richtig also wenn ich da eben weit weg bin dann passiert ja halt nichts das finde ich sehr unschön gut obwohl also dich pflanze ich jetzt erst mal hier das witzige ist ja dass an den Stellen wo schon gleich von vornherein ein Baum gespawnt ist nicht unbedingt neue Bäume wachsen von der gleichen Sorte das habe ich schon einmal festgestellt dass ähm an manchen Stellen wo dann irgendwie keine Ahnung 20 Birken standen und dann fällig die und sag mir gut pflanze ich halt neue dass die einfach nicht wachsen sehr der die schwarzeichen verhalten sich da auch sehr 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 eigen finde ich ganz mal hier ein so keine Äpfelchen oh wie schade gut dann das nutze ich doch gleich mal als Gelegenheit na ja ja machen wir uns hier ein Treppherrn hin ja da muss ich doch wegbuddeln ich dachte ich dachte das wird mir erspart oh hier oben geht es ja dann wieder ach die war noch gar nicht angefangen die Axt ich dachte die wäre gerade kurz vorm kaputt gehen so na dann dann machen wir erstmal die hier kaputt dann machen wir erstmal die hier kaputt so und wir können mal wieder hoffen das reicht jetzt hier gut 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 gelbe Blumen habe ich eigentlich noch gar keine gelben Blumen geerntet für gelbe Schafe das ist natürlich leicht doof äh ja und wenn ich von jeder Sorte zwei habe dann habe ich dann die volle Freiheit entweder die gleiche Farbe weiter zu züchten oder aber Mischfarben ja fliegen eigentlich auch lila Schafe blau und rot weiß ich gar nicht mehr und pflanzen wir mal hier noch ein paar Bäumchen nach dass das dann nicht so nicht traurig aussieht hier Sonne gut das geht noch sehr schön viel Holz sehr schön viel Holz gibt das hier ja hier ist auch schon ausgehöhlt der Baum dieses Blätterwerk Huch da war jetzt einer runter naja so äh Sonne geht unter ab zurück nach Hause gut ja wie immer hoffe ich dass euch mein Let's Play gefallen hat und dass ihr viel Spaß daran habt was wir hier gemeinsam zustande bringen jo bitte lasst doch gern einen Daumen hoch da und ein Abonnement da würden Flo und wir können uns sehr drüber freuen und oh viele schöne gute Schäfchen ja die sind im nächsten Videopart dran die sind im nächsten Videopart fällig yeah ja nein ähm ja ich habe mich gefreut dass ihr dabei wart und ich hoffe wir sehen uns im nächsten Videopart wieder tschüss euer Quecksilber ich hoffe wir sehen uns im nächsten Video